Willkommen zu einem AktionärTV-Interview. Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Thorsten Küffner da ist. Hallo. Wir schauen auf die Luft- und Flugbranche Boeing. Mit dem Wert starten wir. Natürlich wird alles überschattet vom Skandal rund um die 737 Max. Das ist in der aktuelle Stand der Dinge. Denkst du, man kann überhaupt das Ganze jetzt schnell abschütteln, diesen ganzen Skandal? Wird die 737 überhaupt jemals wieder im Ansehen der Menschen steigen? Kann man die überhaupt wieder verkaufen? Ja, wir denken schon. Ich meine, jetzt gibt es ja diverse Informationen aus Kreisen, dass man angeblich den Software-Fehler jetzt gefunden hätte, dass jetzt alles nochmal überprüft wird und man arbeitet jetzt mit Hochdruck daran, diesen verheerenden Fehler wirklich jetzt ausschalten zu können. Ja, und ich denke, es wird sicherlich erstmal teuer werden für Boeing. Man wird viele Strafzahlungen tätigen müssen. Man muss natürlich die Leute entschädigen. Es wird auch in den kommenden Monaten sicherlich dann noch einige Rechnungen von Airlines geben, die eben ihre neu gekauften Max acht Maschinen dann eben am Boden lassen müssen. Also kurzfristig wird es sicherlich teuer für Boeing werden, aber wir glauben schon daran, dass ich meine, das Unternehmen ist über Jahrzehnte hinweg wirklich in der Lage gewesen, sichere Maschinen zu bauen. Ich glaube, es wird auch in Zukunft wieder gehen. Wir gehen davon aus, dass es bei Boeing in den kommenden Wochen, Monaten sicherlich immer wieder ruppig werden kann. Wir haben jetzt auch kürzlich wieder neues Zwischentief im Chart gemacht. Das könnte jetzt durchaus dazu führen. Soll die 200-Tage-Linie nicht halten, dass wir jetzt vielleicht noch was weiter abtauchen. Es ist dabei letztlich, wenn man sich wirklich den langfristigen Chart anschaut, ja auch noch gar nicht so viel passiert. Ich meine, eine Korrektur ist hier immer ohnehin rein chartisch betrachtet eigentlich nötig gewesen. Und wir glauben eigentlich sogar, dass es langfristig für Boeing gar nicht mal so schlecht aussehen wird. Denn man muss einfach sehen, es bleibt dabei. Es gibt zwei marktbeherrschende Firmen, Boeing und Airbus, und sie werden sich den Markt weiter aufteilen. Also China versucht einen National Player aufzubauen, aber das wird auch, der wird von drei bis vier Jahren vielleicht die ersten Maschinen liefern können. Aber ob es nicht in der Menge und wahrscheinlich trotzdem, auch wenn das jetzt komisch ist, aber nicht in der Zuverlässigkeit, wie es Boeing und Airbus eben über Jahre hinweg getan haben. Und wir glauben schon, dass es bei Boeing eigentlich in einigen Jahren wieder halbwegs normal weitergehen wird. Und wir hoffen natürlich alle, dass es nicht wieder derartige schlimme Probleme geben wird. Aber wir glauben schon, dass Boeing jetzt in der Lage sein wird. Unsere Empfehlung wäre jetzt eigentlich, wer nicht dabei ist, der sollte sich das alles jetzt noch an der Seilinie anschauen. Denn wie gesagt, es werden da jetzt einige Rechnungen bei Boeing eintrudeln. Und die Konzernbilanz für 2019 wird wahrscheinlich nicht so toll ausfallen wie in den Vorjahren. Aber wer jetzt dabei ist, der braucht jetzt auch nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Einfach dabei bleiben, Stopp, auf 270 Euro nachziehen und dann ist man, glaube ich, ganz gut dabei. Also kurzfristig kann es noch ein bisschen holprig werden. Aber mittel- und langfristig glaubst du weiterhin an die Geschichte rund um Boeing. Wir schauen auf Airbus, die Konkurrenz. Du hast sie erwähnt. Das einen Leid ist das andere ein Freud. Das hat man auch zuletzt ein bisschen gesehen. Aber jetzt hat man da auch schon ein bisschen wieder einen Rückwärtsgang eingeschlagen. Was macht man momentan damit? Ja, also ich meine, ja eigentlich auch. Ich meine, wir kamen sogar zu Intraday, waren wir sogar mal kurz unter 80 gewesen. Also wir haben jetzt auch fast ja 50 Prozent zugelegt in kurzer Zeit. Das schreit nach einer Korrektur. Vielleicht geht ja auch weiter bis in diesen Bereich hier. Grundsätzlich aber bleibt es bei Airbus. Wir sind sehr zuversichtlich. Stimmt, das waren wir jetzt eigentlich auch schon in den letzten Wochen, Monate jetzt eigentlich immer wieder. Man muss ja einfach sehen, der Konzern hat bis Mitte des kommenden Jahres komplett ausgelastet. Und jetzt kommen ja einige vielleicht hinzu, da manche Airlines angekündigt haben, sie werden jetzt eher bei Airbus einkaufen, nicht mehr bei Boeing. Also die Aussichten sind super für den Konzern. Man muss einfach sehen, die Weltbevölkerung wächst, der Wohlstand wächst, immer mehr Leute werden mit dem Flugzeug verreisen. Also die Zahl der Passagiere soll sich jetzt bis 2035 noch mal fast verdoppeln vom jetzigen Stand aus. Es werden massig Flugzeuge gebaut und wie ich ja vorhin schon erzählt habe bei Boeing. Es gibt vor allem zwei, die den Löwenanteil dieser Bestellung abgreifen. Das sind Airbus und Boeing. Auch schon vor Monaten hat sich ein so abgezeichnet oder vor einigen Wochen, dass Airbus in den kommenden Jahren sowieso etwas schneller wachsen wird als Boeing. Man hat jetzt diverse Probleme, zum Beispiel den Pannenflieger oder den defizitären Flieger A380 baut man jetzt dann in den kommenden Jahren nicht mehr. Also das war auch etwas, was das Konzernergebnis immer wieder belastet hat. Das fällt jetzt auch weg. Die Reihe der A320 Neos verkaufen sich sehr gut und ist ja quasi direkte Kohären der 737 und Max. Also es sieht wirklich gut aus. Die Aktie hat auch aktuell einen KGV von 16 für das kommende Jahr. Ist für ein Unternehmen mit einer derart starken Marktstellung eigentlich wirklich fast schon ein Schnäppchen. Und wir glauben auch, vielleicht werden wir jetzt noch etwas korrigieren in einem schwachen Gesamtmarkt. Das ist durchaus möglich. Aber an sich würden wir auf jeden Fall sagen, bei Airbus kann man jetzt, glaube ich, zugreifen und die kann man auch wirklich über Jahre in seinem Depot liegen lassen. Gut, dann geht es bei uns weiter mit der deutschen Lufthansa, auf die wir blicken wollen. Hier jetzt auch ein Dreijahres-Chart. Auch da sehen wir so eine kleine Korrektur momentan. Ist es mehr als eine Korrektur oder ist es eben einfach nur ein kleiner Rücksatz? Das kommt wahrscheinlich jetzt einfach daran, wie sie jetzt für die kommenden Wochen und Monate gestalten werden. Ich meine, es sah ja in der Zwischenzeit ganz gut aus. Wir haben jetzt für einen Aufwärtstrend ausgebildet. Wir sind ja aus dem langfristigen Abwärtstrend jetzt ausgebrochen. Also es sah in der Zwischenzeit ganz gut aus. Dann kamen hier eigentlich die Zahlen. Die Zahlen waren eigentlich auch ganz in Ordnung, aber der Ausblick war relativ vorsichtig. Ich meine, das ist bei Lufthansa öfter so, aber es ist jetzt quasi das dritte Jahr, in dem man beim Gewinn in etwa stagniert. Aber man muss einfach sehen, auf dem Niveau von 2017, wir haben es ja am Chart gesehen, 2017 ist ja alles hervorragend für Lufthansa gelaufen. Man hat deutlich von der Air Berlin-Pleite profitiert. Es gab eine Einigung über die Pensionszahlung mit den Piloten. Es gab auch nochmal Einmaleffekte im Dreistellmillionenbereich. Positive Einmaleffekte. Also es ist 2017 alles hervorragend gelaufen für Lufthansa. 2018 und 2019 ist es deutlich herausfordernder, das Unfall. Trotzdem wird es der Lufthansa wahrscheinlich gelingen, einen ähnlich hohen Gewinn wie in dem Ausnahmejahr 2017 zu erwirtschaften. Das ist eigentlich schon stark. Ich meine, wir haben einen KGV von 5. Wir notieren unter Buchwert. Also die Aktie ist wirklich ein absolutes Schnäppchen. Und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, der weltweite Flugverkehr wird wahrscheinlich weiterhin wachsen. Vor allem in Asien, dort ist Lufthansa nicht ganz so stark präsent. Aber auch in Europa, auch in den USA wird es deutlich nach oben gehen. In den Passagierzahlen davon wird die Lufthansa auch profitieren. Und von daher glauben wir schon, dass für langfristig orientierte Investoren die Lufthansa ein hervorragendes Investment ist. Kurzfristig sieht es aber jetzt erstmal nicht so gut aus. Wie gesagt, die Zahlen haben einige Anleger etwas enttäuscht. Die konjunkturellen Risiken haben jetzt zuletzt auch wieder etwas zugenommen. Das können die Lufthansa nicht auch belasten. Gerade im Frachtgeschäft hat man jetzt auch erklärt, dass der Boom der vergangenen Jahre jetzt erstmal etwas vorbei ist. Und das wird die Lufthansa auch etwas belasten. Also wie gesagt, ich würde sagen, wer dabei ist, soll dabei bleiben. Wir haben ja empfohlen, den Stopp bei 16,80 Euro. Das sind wir hier in diesem Bereich zu setzen. Wer noch nicht dabei ist, sollte einfach abwarten, ob wir jetzt wirklich hier die Bodenbildung hinkriegen und dann eben abwarten, ob wir dann quasi uns wieder über den Oberaufwärtsrand etablieren oder zumindest hier wieder im Bereich von 19 Euro einen Boden ausbilden können. Dann schauen wir jetzt auf ein etwas drastischeres Kursbild. Wir schauen auf die TUI. Da gab es eine Gewinnwarnung und daraufhin ist der Kurs deutlich abgestürzt. Wir sehen es ja hier am Ende unseres Charts hier angekommen. Wie kann es jetzt weitergehen? Denkst du, es kriegt man bald wieder die Kurve? Ob es bald gelingt, weiß ich nicht. Also langfristig glauben wir eigentlich auch fest an die TUI. Ich meine, der Konzern ist hervorragend aufgestellt in diversen Regionen, im Kreuzfahrtgeschäft. Man wächst eigentlich, ist die letzten Jahre stabil gewachsen. Dieses Jahr hat man jetzt eben eingeräumt, wird man nicht mehr wachsen. Dementsprechend ging es dann sofort stark nach unten. Man muss einfach sehen, man hängt natürlich stark am Brexit. Ich meine, Großbritannien ist der zweitwichtigste Markt für die TUI. Und verständlicherweise haben fast alle Briten jetzt ganz andere Probleme als die Urlaubsplanung für den Sommer. Dementsprechend halten sie sich zurück und das merkt man natürlich bei der TUI. Zudem kommt eben, dass zum Beispiel so Ägypten und die Türkei wieder eine Beliebtheit gewinnen. Deutlich günstiger als das westliche Mittelmeer. Die TUI ist aber durch die Tochter Rio Hotels, vor allem in Spanien, im westlichen Mittelmeer sehr stark aufgestellt. Das drückt jetzt etwas auf die Margen. Ist aber jetzt kein allzu ernst zu nehmenes Problem. Es ist klar, man verdient nicht mehr so prächtig wie die Vorjahre, aber es ist alles noch in Ordnung. Also letztlich wird das alles etwas noch zu heiß gekocht. Aber klar, der Brexit ist ein Problem. Der Chart ist auch ein Problem. Es sah zwischenzeitlich so aus, dass wir jetzt bei 9 Euro so in etwa den Boden gebildet haben. Dann vielleicht hätten wir die 10-Euro-Marke hier übersprungen. Da hätten wir vielleicht auch wieder etwas nach oben gehen können. Jetzt ist man erst mal daran gescheitert, am schwachen Gesamtmarkt. Jetzt wird es überspannt, hält das bisherige tief. Wenn nicht, dann kann das, wie gesagt, noch deutlich runtergehen. Dann müssen wir bis ins Jahr 2012 in etwa zurück für neue Unterstützungen. Wir würden auch hier sagen, es ist so, wer wirklich ganz viel Zeit hat, der könnte sich vielleicht eine Tour jetzt ins Depot legen. Aber wir würden auch sagen, erst mal abwarten, wirklich eine ganz klare Bodenbildung abwarten. Selbst wenn wir vielleicht die ersten Euro der Gegenbewegung hier noch verpassen werden. Ich glaube, es lohnt sich gerade die ganzen Unsicherheiten bezüglich des Brexits. Hier sollte man erst mal abwarten, was da passiert. Und ich glaube, die Aktie wird einem nicht so schnell weglaufen. Du wirst es weiter für uns beobachten. Das war's für heute. Dankeschön. Gern geschehen. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.